Wir können eine Generation sein, die Aids, Tuberkulosis und Malaria ein Ende bereitet. Seit der Gründung des Globalen Fonds haben wir schon unglaubliche Fortschritte im Kampf gegen diese Krankheiten gemacht. In den nächsten elf Jahren bis zum Jahr 2030 haben wir die einmalige Chance, sie ein für alle Mal zu besiegen. Aber dafür brauchen wir jetzt weltweite Unterstützung für den Globalen Fonds. Und insbesondere Deutschland muss hier seiner Verantwortung gerecht werden. Mein Name ist Caroline Albrecht, Leiterin von Global Citizen Deutschland und ich fordere gemeinsam mit 44.000 Global Citizens in 143 Ländern die Bundesregierung auf, die notwendigen Mittel für die Lebensretten der Arbeit des Globalen Fonds bereitzustellen.